Musik Ich komme aus einer Familie, in der sehr viel Musik gemacht wurde. Wir haben zuhause ein Klavier, ein Kontrabass, ein Schlagzeug, verschiedene Gitarren, ein Akkordeon, verschiedene Flöten, eine Trompete, zwei Alphörner. Was mir in meiner Musik wichtig ist, ist sicher Rhythmus. Ich habe gerne Musik, die direkt in Körper geht oder direkt körperlich spürbar ist. Ich habe sehr gerne Farben, darum auch die Leidenschaft für grosse, orchestrale Klangkörper. Und ich habe den Gesamtbogen oder so die Entwicklung des Stück, die Form, auf die lege ich auch grossen Wert. Musik Wir haben mit einem Gutspieler aus Abu Dhabi zusammen gearbeitet. Und ein weiteres Highlight war auf jeden Fall die Einladung an das Luzernfestival. Das hat mich persönlich als Luzernerin extrem gefreut. Musik Ich freue mich mega auf die Aufnahme für das zweite Album. Musik Musik Und dort werden wir neue Kompositionen aufnehmen, die wir teilweise schon gespielt haben, teilweise auch noch nicht. Musik 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 Und das zweite Album werden wir dann in einer Konzertdur präsentieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020